In diesem Video will ich mal auf ein Problem eingehen, auf eine Thematik, die ich einfach immer wieder sehe, wenn ich neue Teilnehmer bei mir habe oder neue Interessenten, die sich bei mir melden. Und auf diese Thematik will ich dich jetzt unbedingt aufmerksam machen. Und das Ziel dabei ist in diesem Video, dass du dich aktiv hinterfragst, ob du hier auch von diesem Thema gefährdet bist, ob du vielleicht auch schon reingefallen bist auf diese Thematik oder vielleicht kann ich dich künftig davon abhalten, dass du hier wirklich grosse Fehler begehst, indem du dieses Thema einfach falsch angehst. Das Thema, wovon ich jetzt hier sprechen möchte, ist das Thema Aktientipps auf Social Media, Aktientipps im Allgemeinen. Und zwar kennst du das bestimmt. Ich denke mal, jeder von uns, der an der Börse investiert oder der jetzt vorhat, frisch zu investieren, ist ja immer auf der Suche nach neuen Anlagemöglichkeiten, nach neuen Unternehmen, in die man investieren kann, nach dem nächsten super tollen Investment. Und das Problem ist einfach, wir leben jetzt in einer Zeit, wo halt sehr viele Inhalte produziert werden auf Social Media. Jeder kann hier seine Meinung kundtun und vieles ist halt einfach auch anonym. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt auf YouTube, wie jetzt eher in diesem Video, wo ich vor der Kamera stehe und mit meinem Namen dastehe, sondern vielleicht eher auch auf Facebook oder auf Instagram, wo es dann anonyme Gruppen gibt. Und da werden dann einfach sehr viele Meinungen zum Thema Aktienbörse kundgetan. Und durch das, dass man nicht mit seinem eigenen Namen dasteht, wird halt auch sehr viel geschrieben und sehr viel, ja, ich sage mal, unüberlegt geschrieben. Und das Problem ist jetzt einfach, wenn du als Anfänger oder als Investor, der vielleicht noch nicht so sicher ist, noch zu wenig Grundwissen hat, sich jetzt an solche Gruppen richtet. Einfach als Beispiel, du gehst auf Facebook, gibst ein, Aktientipps, dann kommst du irgendwo in eine Gruppe und dann siehst du hier, dass Leute ganz viele Unternehmen, Aktien hier vorstellen und sagen, ja, das ist das neue Amazon, das ist jetzt hier der neue Hype, da wird sich der Kurs verzehnfachen in kürzester Zeit. Da gibt es auch die Hype-Themen wie Wasserstoff etc., oder? Und dann sucht man sich irgendwelche komischen Penny-Stocks raus und sagt, da musst du jetzt investieren, da hast du super, super tolle Renditen, die dich erwarten. Und es ist tatsächlich leider so, dass viele Leute dann auf solche Social-Media-Foren, Plattformen dann auch hören und dann sich solche Unternehmen auch ins Portfolio holen, weil man dann halt teilweise wirklich so überzeugt ist. Man hat hier fünf, sechs Leute, die sagen, ja, ich bin hier auch investiert, das ist super toll und dann lässt man sich so ein bisschen hinreißen, oder? Und das ist dann wirklich ein Alarmzeichen, dass bei jedem wirklich von euch, der jetzt hier dieses Video anschaut, müssen die Alarmglocken dann wirklich läuten, wenn es soweit ist, dass man einfach quasi einen Aktientipp sieht und sich dann hinreißen lässt und sich keine eigene Meinung dazu macht, sondern einfach sagt, okay, ich habe vielleicht schon was gehört von diesem Thema, von diesem Unternehmen, jetzt offenbar scheint das wirklich interessant zu sein, ich kaufe jetzt das Unternehmen einfach und erhoffe mir dann eine gute Rendite. In diesem Moment musst du dann wirklich vorsichtig sein. Es darf nie, nie, nie der Fall sein, dass du eine Aktie kaufst, eine Einzelaktie kaufst, ohne dir wirklich selbstständig ein eigenes Bild über das Unternehmen zu machen. Das heisst, es bedingt eigentlich im Prinzip, dass wenn du in Einzelaktien investierst, einen ganz klaren Prozess hast, wie du vorgehen musst, wie du dir die Informationen holst, auf was du achten musst bei Unternehmen, ob das Potenzial auch wirklich gegeben ist und vor allem auch die Risiken abschätzen, ob das jetzt wirklich einfach nur ein Hype ist oder ob da auch was dahinter steckt, ob da auch Substanz ist, ob bereits Gewinne erzielt werden, ob irgendwelche spannenden Produkte wirklich schon patentiert sind, am Markt sind, die angenommen werden von den Kunden etc. Und nicht einfach nur bloße, heisse Luft, die jetzt hier gepredigt wird und dann hofft man einfach, dass das dann gut kommt. Weil das ist dann wirklich genau das Falsche, was sich ganz viele Leute die Finger verbrennen, das ist dann mehr oder weniger Casino, das ist Pokern, wo man sagt, ich glaube an dieses Thema, ich glaube an dieses Unternehmen, das kommt dann schon gut und das muss ja gut kommen, das ist ja so eine wichtige Sache, die haben so tolle Produkte. Nein, darum geht es an der Börse nicht beim Investieren in Aktien, es geht darum, dass du dir wirklich die Zeit nimmst und solide, gesunde Unternehmen raussuchst, die das Potenzial haben, auch über viele, viele Jahre weiter zu wachsen und zu gedeihen, die das im Idealfall auch schon seit vielen, vielen Jahren machen, dann hast du einfach eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass du auch nachhaltig von steigenden Aktienkursen profitieren kannst. Es geht nicht darum, in den meisten Fällen, möglichst in kurzer Zeit, möglichst viele Rendite zu erzielen. Es geht darum, nachhaltig Erträge aufzubauen, Rendite zu erzielen in einem guten Umfang, aber nicht darum, jedes Jahr 30, 40% Rendite zu machen. Das ist zu 100%, zu 99% absolut unrealistisch und wenn du das Gefühl hast, du schaffst es immer wieder, solche Hype-Aktien dir ins Portfolio zu holen und Jahr zu Jahr dann wieder das neue Superinvestment zu erwischen, dann kann ich dir jetzt schon sagen, das wird dir nicht gelingen, garantiert nicht, weil das hat wirklich reines Casino, das reines Pokern und wer gewinnt im Casino meistens, ist die Bank. Also das heisst, du musst wirklich unbedingt lernen, hier strukturiert vorzugehen. Das andere Problem, das einfach ist, wenn du auf Tipps hörst, es kann auch sein, es geht gar nicht immer nur darum, dass dann solche Hype-Aktien hier vorgestellt werden, das kann auch ganz solide Unternehmen sein, aber das Problem ist einfach, wenn du dann einfach auf diese Tipps hörst, du weisst ja nicht, du weisst nicht, welche Person das die Tipps von sich gibt, was diese Person für Ziele hat, was die Person für Ambitionen hat, was sie für eine Strategie fährt. Vielleicht ist diese Person jetzt investiert und hat vor, sobald 10-15% Rendite erzielt werden, die Aktie gleich wieder zu verkaufen, weil sie weiss, das ist kein langfristiges Investment, wo man nicht langfristig eine gute Rendite erzielen kann, sondern nur in kurzen Phasen. Und dann gehst du hin, blauäugig, und denkst, ja okay, das ist ein tolles Unternehmen, ich möchte jetzt aber vielleicht über mehrere Jahre investiert bleiben und dann gehst du rein, hast vielleicht irgendwie eine schöne Dividendenrendite, merkst aber, nach fünf Jahren unter dem Strich ist dir nicht wirklich viel hängen geblieben, weil das einfach überhaupt nicht zu deiner Strategie gepasst hat. Und das sieht man einfach so, so oft, dass Leute kommen und sagen, ich kaufe Aktien, habe aber eigentlich noch gar kein Grundwissen, weiss gar nicht, auf was ich mich hier einlasse, wie die ganzen Marktbewegungen funktionieren, wie die Börse per se funktioniert, wie die Volatilität an der Börse funktioniert, wie man überhaupt mal ein Portfolio aufstellt, wie man das diversifiziert. Das heisst, seine Investments aufteilt über verschiedene Sektoren, über verschiedene Branchen, über verschiedene Geschäftsmodelle, vielleicht auch über verschiedene Länder und dann dadurch schon mal gewisse Sicherheiten hat, dass man kein allzu grosses Klumpenrisiko eingeht. Und die meisten Leute gehen wirklich einfach hin, ich muss jetzt Geld investieren, zack, suchen sich die Aktien raus und irgendwann haben sie dann 20, 30, 40 Aktien im Portfolio, 0,0 Struktur, 0,0 Übersicht und wenn es dann mal irgendwo anfängt zu kriseln und die Aktienkurse nach unten rauschen, ja, dann ist es dann absolut nicht mehr so lustig, wenn du dann hier solche Positionen im Portfolio hast und nicht weisst, wie überhaupt das Unternehmen aufgestellt ist, wie das Geschäftsmodell aussieht, ob das Unternehmen die nächste Krise überhaupt überlegt oder ob es schon so hoch verschuldet ist, dass du dann auch damit rechnen musst, dass es zu einem Konkursfall kommt. Es sind alles ganz viele Themen, das heisst, einfach Vorbereitung an der Börse ist das A und O und solche Tipps auf Social Media, um auf das Thema zurückzukommen, die sind nicht per se schlecht, die soll man aber nur als Inspiration nutzen. Die soll man nur nutzen, wenn man seine eigene Strategie für sich definiert hat und genau weiss, wo man hin will, dann kann man gezielt nach solchen Tipps auch mal suchen, kann die beherzigen und danach für sich selbst evaluieren, ob dann das Unternehmen auch für mich persönlich, für seine eigene Strategie Sinn macht. Dann ist das wirklich sehr sinnvoll. Für das kann man Social Media nutzen, dann ist das auch sehr eine gute Sache. Aber nicht, wenn du quasi von Null kommst und dann einfach auf diese Tipps hörst. Ich stelle auf Instagram auch ab und zu mal Fragerunden und die meisten Fragen, die mir gestellt werden, sind halt schlussendlich, soll ich jetzt diese Aktie kaufen? Kann ich jetzt investieren? Und das sind dann für mich einfach wirklich Alarmzeichen, dass man ja offenbar selbst nicht genau weiss oder es unsicher ist, ob das ein gutes Investment ist. Und ich merke dann auch nur schon, wenn die Person dann nicht von sich selbst erzählt, was dann die eigene Strategie ist, was das Vorgehen ist und einfach nur diese leere Frage stellt, dann weiss ich schon mal, dass man sich offenbar hier nicht allzu viele Gedanken gemacht hat und wie soll ich denn das Ganze beurteilen, wenn ich den Background nicht weiss. Und das ist einfach wirklich sehr, sehr wichtig und das wollte ich jetzt hier in diesem Video einfach mal mitteilen. Wenn ihr unterwegs seid, auch auf YouTube, auch meine Videos, die Aktienanalysen, die ich mache, die sind relativ neutral gehalten. Ich empfehle nie eine Aktie zum Kaufen oder zum Verkaufen. Ich mache dann eine Fundamentalanalyse, eine Chartanalyse und dann soll jeder selbst entscheiden, ob das passt. Aber einfach wirklich da aktiv hinterfragen und wenn man dann merkt, ich habe ein tolles Unternehmen gefunden, aber ich kann das nicht wirklich sinnvoll beurteilen, ob das jetzt auch für mich Sinn macht, dann musst du dir dieses Wissen unbedingt aneignen, indem du dir wirklich halt dich beliest, hier das nötige Wissen selbst aneignest oder du kannst dich ganz unverbindlich mal bei mir melden unter www.matthiaskristen.com. Da kann ich dir mal ganz detailliert aufzeichnen, wie man hier vorgehen muss, um das nötige Grundwissen aufzubauen, die nötige Struktur, die nötigen Prozesse aufzubauen, damit man künftig solche Aktientipps auch wirklich sinnvoll für sich selbst nochmal beurteilen und analysieren kann und dann auch ganz klar eine Strategie hat und Pläne hat, wenn etwas schiefläuft bei dem Unternehmen, wenn gewisse Kursmarken erzielt, überschritten oder unterschritten werden, wann macht es für mich persönlich Sinn, dann wieder auszusteigen, die Gewinne zu realisieren oder die Verluste zu begrenzen. Dann nimm eben dieses Angebot wahr, du kannst dich bei mir sehr gerne melden, kannst das Kontaktformular auffüllen auf meiner Webseite und dann schauen wir uns mal an, wo du stehst und ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, du kannst mir gerne auch ein Like dalassen, wenn dir dieses Video, wenn dir diese Message gefallen hat. Du kannst meinen Kanal abonnieren, da findest du immer wieder spannende Aktienanalysen, die du für dich als Inspiration nutzen kannst, wo du mal schauen kannst, wie ich vorgehe, ob das vielleicht auch für dich interessant wäre. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, dein Matthias Christen.